Ich kann dich heilen! Ich kann dich heilen! Ich renne fest! Ich hab Angst da kommt jeder raus! Ich renne mal! Wenn ich jetzt sterbe, dann kriegst du was auch was! Ich bin jetzt in so guter Pfeil! 2.000 Hörer! Ich muss verarschen! Warte, jetzt muss ich nachladen! Ich bin jetzt in so guter Pfeil! Ich bin jetzt in so guter Pfeil! Ich bin jetzt in so guter Pfeil! Die Strecke ist in der Nähe von der Strecke. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen! Ich glaube noch! Ich bin irgendwo drin, guck! Erf, leg mich! Uh, okay, fangen wir! oh ah fuck you, wer ist hier? Mhh, so kommt er. Oh, das ist auch ein Tatsache. mann zeichen setzen Was? Medic! Mediiic! Meine Medik hat es, bitte. Ja, die Medik. To meet you, Medik. Ich hab doch die Fässer. Das war's für heute. Wer ist mit der Alate? Oh, oh, shit. Also irgendwie ist er mir, verdammt, bin ich los. Ich habe noch Indoor, ist da mehr los. Der kann auch so tot, ob ich jetzt... Meine Fretter. Ja, legt mich doch. Ja, na. Ja. 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 Also irgendwo steht doch der Wichser. Ja. 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 Anweisungs-Update. Der Dienstabzeichen verdient. Hm? Excel-Officier, ob sie immer 10? Was? Ich hab da gar nichts gemacht. Einmal sind rausgeführt. Passt. Führung. Ich hab da gar nichts gemacht, ihr habt... Alter, ich mach mir grad nen Theoretik. Mentorshop Sessi von 60. Ach, zum Geier. Verkleidungsbiolep. Ich mein, ist ja schon geil. Besser könnte aber... Probier mal. Okay, warte mal. Wunderbar. Warum ist das immer hier so helle? Z. 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 Hier ist man auf dem Weg dahin. Ich hab's spannend jetzt, Arme. Jetzt kommen wir doch hin, bitte. Die haben den, die haben das ja wieder erobert, dass wir vorhin verteidigt haben, kann das sein? Ich gehe runter. Oh Gott. Ich bin mir gut zu chillt. Oh Gott. Alter, fick dich doch! Ich sollte meinen Channel ab 18 machen, so wie ich führe, Alter, seit seinem Kopf nur. Ah! Ich wieder hoch und ich lass ihn doch hoch. Wieso bin ich jetzt im Bravo-Trupp? Oh Gott, ich hab mich aus. Mensch, warum sind die Pink, Alter? Wer ist so Idiot? Macht da Pink? Ich sehe immer, dass ich Spandex-Army. Ah! Komm, rege nicht meine Kopf um die Ecke. Ihr seid so gemein zu mir, wisst ihr das? Ich geh mal auf. Fertig. Halt mich bei jemandem, die das zusammenbricht! Fährt mit der Atme!